Zwei Tomate Du hast ein Thema mitgebracht. Ich bin sehr gespannt über das, was du erzählst. Nee, das ist ganz kurz. Das werden wir wahrscheinlich mit in den Mischmasch tun. Ich fand es nur interessant, ich habe das auch nur in so einem Nebensatz in einem Radiosender gehört, dass die Brit Awards letztens tatsächlich stattgefunden haben in einer Halle. Also es war das erste, also indoor. Ja. Indoor. Das Event von Marius hat auch indoor stattgefunden. Ja, in Großbritannien, habe ich doch gerade gesagt. Ja, bei denen fickt jetzt auch diese Variante da rein. Aber ihr hattet nicht, ihr hattet nicht, warte, ihr hattet nicht 4.000 Zuschauer. Das ist viel. In Großbritannien, wenn gerade diese heftige Indien-Mutante da alles komplett niederreißt. 4.000 Zuschauer, die wurden alle vorher getestet und es wurde extra kommuniziert, sehr direkt, dass Masken nicht getragen werden müssen. Es durften Masken, also ich kann ja jetzt schlecht sagen, dass jemand keine Maske tragen darf, aber es hieß, ey Leute, wir machen hier PCR-Test und dann ist Abfahrt. Und dann haben sie, ich habe hier stehen, ohne Masken und ohne soziale Distanzierung durchgeführt. Und ca. 2.500 Zuschauer waren aus systemrelevanten Berufen da. Als Dankeschön hieß es dann im Radio. Und 1.500 Musiker und deren Angehörige, wo ich jetzt den Zusammenhang nicht weiß. Also, weil die aus der Kultur kommen und dann, weiß ich nicht. Genau. Und die haben sich das alles angeguckt und es wurde wirklich, also es wurde ja extra unterstrichen, dass es halt auch ohne Masken und ohne Distanzierung stattfinden soll. Ich habe dann auch irgendwie, leider habe ich die Sendung nicht nochmal nachgehört, ich habe dabei gekocht und habe nicht alles gehört. Aber da gab es so ein Team, was die Leute beobachtet hat auch, um zu gucken, wie sie umgehen miteinander jetzt. Also tragen sie eine Maske, tragen sie nichts, ziehen sie sich aus, ziehen sie an, tanzen sie zusammen, umarmen sie sich, geben sie sich die Hand und so weiter. Ja, die heißt Stasi, die Gruppe, die das gemacht hat. Die Gruppe heißt Stasi 3.0. Das haben auch ein eigenes Bitcoin mittlerweile. Stasi-Coin. Stasi-Coin. Guck, und schon ist der auf 2000% gestiegen, der Wert. Ja. Weil Freddy nur den Namen gesagt hat. Sehr gut. Haben wir es noch angemeldet? Klar. Scheiße. Wir haben Namensrecht auf Stasi jetzt angemeldet. Sehr gut, glaube ich. Ja, also finde ich sehr, sehr spannend. Und ich finde auch sehr, sehr spannend, so eine Entwicklung, dass auch gerade, also hier waren die Zahlen ja viel niedriger als in Großbritannien. Da gab es diese Explosionen, ja, da gab es dann viele Tote, viele Neuinfektionen, bla bla bla, auch in Amerika. Gab es? Es ist doch immer noch so. Ja, aber da ist... Dazu kommt unser KL500, hat die Tage auch nochmal ein bisschen getweetet, dass in Amerika das Impftempo richtig rapide nach unten geht und dass so die Herdenimmunität ausbleibt. Weil die nicht mehr wollen. Weil die nicht mehr wollen. Dass so keine Herdenimmunität entstehen kann in den USA und dass es ganz gefährlich ist, weil die durch die Verlängerung jetzt wohl schon nicht in diese Wintermonate reinkommen, sodass die dann immun sein können, weil sie zu wenig sind. Wir sind von 4 Millionen täglich jetzt auf 1,3 Millionen täglich gefallen. Oh, weil die alle, weil die Bill Gates denken, weil die denken, Bill Gates ist da drin. Der hat sich doch geschieden, ne? Der hat sich geschieden. Boah, Alter. Hast du die Wortwitze gehört von Tommy Schmidt? Nee. Grüße gehen raus an Rockstar. Die Beziehung wird jetzt runtergefahren und so. Die haben das Update nicht richtig geladen und so. Das waren so lustige... Ich hab mir jetzt eine Sendung angeguckt von Tommy. Ei, ist gut, ne? Ist gut. Also es ist wirklich... Ich find's auch gut. Es ist viele lustige Sachen dabei. Man merkt, finde ich, ein bisschen, dass er das zum ersten Mal macht, aber damit spielt er auch mit diesem Witz so... Ja, ja, ich find das gut. Ich find das gut. Es ist wirklich sehr viel lustig, auch gerade die Sketches zwischendurch, die sie reingemacht haben, sind echt ganz schön witzig. Ja, guter Schreiber halt, ne? Merkt man ja auch. Der ist, glaub ich, ganz lustig. Das ist wirklich lustig. Das find ich ganz lustig. Immer noch das Lustigste, was ich von Tommy Schmidt dieses Jahr gehört habe, war bei World Wide Wohnzimmer. Ja. Und da wurde er, glaub ich, zu Bibi, Bibis Beauty Palace befragt mit irgendwas. Irgendeine Frage gab's da und dann hat er gesagt, blonde Frauen, die im Internet Produkte in die Kamera halten, die sind nix für mich. Das ist mit Karo Dauer zusammen, das fand ich sehr lustig. Ah. Ich weiß nicht, wer das ist, aber das ist lustig. Ja, größte deutsche Influencerin. Okay. Ja, dann ist es lustig, weil er mit ihr zusammen ist. Okay. Sehr witzig. So lustig war es. Sehr witzig. Aber diese Hall... Preise, Preise noch. Oder was? Sorry. Nee, nee, ich wollte nur noch Sachen, diese Hallensache ansprechen, weil ich das geil, also das krass finde und irgendwie geil, wenn das... Sollte das jetzt irgendwie nicht backfeiern, find ich das irgendwie gut. Mit der Veranstaltung? Weil es Hoffnung gibt. Ich finde, gerade Preisveranstaltungen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist von jemandem, der hier aus dieser Perspektive auch schon auf Preisveranstaltungen unten... Wir haben ja auch schon eine Kamera, eine goldene. Äh, ja, wir haben... Wir? Ja, weil du... Wir sind nicht mal, als es gut lief, für den Nachwuchspreis des Podcastpreises nominiert worden. Wenn du... Aber es ist wirklich so, ich meine, ich verstehe Preisverleihungen nicht mehr und ich glaube, die werden irgendwann auch sehr schnell obsolet. Deswegen finde ich es überhaupt nicht eine Hoffnungsschimmer. Ich finde es eher absolut bedrohlich, weil das totaler Quatsch ist. So, da auch wieder, um auf den gleichen Podcast zu verweisen, von Dave Chappelle und Joe Rogan, der dann noch gesagt hat, so, Dave Chappelle meinte, ich bin dann irgendwann berühmt geworden und dann sagen mir Leute noch, ich kriege Preise dafür? Ich habe doch schon so unfassbar viel Geld und dann noch Preise? Häh? So, und das ist halt auch ein sehr ähnlicher Ansatz. Also ich meine, als ich für den Webvideopreis nominiert war, bin ich nicht hingegangen, weil ich dann dumm finde. So, also dann habe ich mich extra dem verweigert und ich weiß, ich fand das richtig scheiße, weil ich mit Paluten ja nominiert war in einer Kategorie und wir dann beide gesagt haben, wir gehen nicht hin, weil wir finden es dann scheiße, weil wir beide damit nichts groß anfangen können. So, und dann ist wirklich Tenendo war nominiert und der hat es dann gewonnen. Grüße gehen raus an Marcel, also wirklich verdient oder so, aber es steht natürlich immer noch die Unterstellung im Raum, weil wir beide vielleicht nicht gekommen sind, dass das so ein Arsch war. Nee, aber dann hätten die so ein Video von euch eingespielt. Ja, ja, das kann gut sein, aber wir haben schon sehr weit im Voraus gesagt, wir werden beide nicht stattfinden. Wir können leider heute nicht bei euch sein. Ja, es war super unangenehm, glaube ich, auch für Marcel, wie er da saß und dann kam diese Kamera, Zoom in und er sitzt da allein im Publikum und ansonsten sind unsere Logos eingeblendet worden, weil wir halt ja nicht da waren. Wir hatten auch keinen Bock zugeschaltet zu werden, wir haben nicht mal geantwortet auf irgendwas. Und danach bin ich auch nie wieder, es gab nur noch einmal stattgefunden, aber ich würde nicht mehr hingehen und würde das so machen, wie alle anderen, die nominiert waren oder mal was gewonnen haben. Die sind dann alle nicht mehr hingegangen gefühlt, sondern nur noch saufen danach auf die Fete. Ja, stimmt, die waren dann plötzlich danach immer da. Ist aber auch lang, ey. Ja, und keine Ahnung, also das ist ja kein richtiger Preis oder war kein richtiger Preis, weißt du, was ich meine? So, aber selbst von anderen Sachen, auch wenn ich mir sowas angucke, sitze ich ja immer und denke mir so, ey, warum kriegst du so eine Trophäe jetzt noch, wenn du 100.000 Euro im Monat verdienst? Es ist so dumm, es ist so dumm einfach. Nein, das hat einen emotionalen Wert. Nein, nein, es hat gar keinen emotionalen Wert. Jetzt vielleicht nicht speziell der Preis, aber generell so Sachen haben schon... Ey, ich finde, manche Preise, ja, aber echt viele Preise sind einfach dumm. Ja, mag ja sein. Wie Leute aus der Comedy-Welt, die immer sagen, der Deutsche Comedy-Preis ist einfach dumm. Es ist einfach ein dummer Preis, der bringt dir gar nichts. Der bringt dir nichts. Stell dir mal vor, wir beide kriegen einen Comedy-Preis. Oh, das wäre lustig. Ich würde da nur noch drüber reden. Erst mal sieht das Ding aus, als wäre das ein heftiger Analplug, der dann überall irgendwo im Hintergrund rumsteht. Das finde ich absolut ätzend. Und danach kannst du sagen, guck mal, ich habe einen Preis gewonnen, den Mario Barth schon achtmal gewonnen hat. Und was bringt mir das jetzt inhaltlich? Und der war auch schon dreimal im Tropical Island, aber ich sage nicht warum. Oh Gott, Alter, du hast nichts mit Mario Barth gemacht. Das ist Bullshit. Also ich finde einfach Preise, ich fand auch deswegen den Wert-Videopreis, das ist einer der Gründe, warum wir nicht hingegangen sind. Weil es einfach keinen Sinn macht so. Bei uns läuft es gut. Sind wir jetzt da gelandet? Die Leute sind nett über den Brit Award-Preis. Ja, stimmt. Und deswegen, also ich finde Preisverleihungen auch... Ich war jetzt aber ein bisschen losgelöst von dem eigentlichen Preis-Ding. Aber versteht mich, weil du gesagt hast, es ist Hoffnung. Ich finde es halt Quatsch. Ja, weil da Leute auch Musik gemacht haben und die haben sich doch... Ja, geil, dann sollen sie es auch in einem Livestream machen, dann erreichen sie vielleicht mehr Leute, die es juckt. Darum geht es doch gar nicht. Es geht mir nicht um die Preisverleihung, Mann. Ich freue mich nicht auf nächste Preisverleihung, die jetzt wieder da sind. Ich bin nicht traurig, weil ich keine Preisverleihung sehen konnte. Ich schon. Ich bin traurig, weil ich nicht auf einem Konzert war und so. Ich freue mich richtig auf die nächste Preisverleihung, weil... Wenn du nicht hingehst. Weil ich davor mir richtig einen reinsaufen kann und dann immer in der ganzen Veranstaltung da sitze und mir denke so, boah, ich muss pipi, aber das sieht man jetzt, wenn man geht. Jeder Scheißpreis, Alter. Jedes Mal Computerspielepreis, sitze ich da und bin so nach 15 Minuten, oh, ich muss so pissen. Ja, deswegen sind wir letztes Mal beim Videopreis, wo du nicht warst, wo Marcel ihn gewonnen hat, saßen wir schon ganz hinten, sodass wir immer rausgehen konnten. Ey, und ich muss das nochmal ganz kurz betonen. Ich meine das jetzt gar nicht, also Marcel hat wirklich das beste Video da gemacht. Aber die Nominierungen waren halt auch Quatsch und das war mit einer der ausschlaggebenden Gründe. Weil, weißt du noch, wie nominiert wurden an dem Jahr? Ja, das System war so, dass die, die gewonnen haben, haben einfach ihre Kumpels nachgezogen. Nein, 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 nein. Das System, die haben ja jedes Jahr immer eine Kategorie, siehe Gaming zum Beispiel genommen und es waren jedes Jahr andere Kriterien. Und es war so nominiert bei uns, Marcel hatte ein einziges Video, ich wurde mit meinem ganzen Kanal und meinem Gesamtwerk nominiert und Paluten wurde nur mit Minecraft Freedom, also einem Minecraft-Projekt nominiert. und da habe ich gesagt, was für eine Dreistigkeit können sich Leute erlauben, einfach ein fettes Event als mein ganzes Gesamtwerk gegen ein Minecraft-Projekt und ein Video, wo Marcel, ich glaube, es war ein Placement sogar noch für Farming Simulator oder sowas. Ja, er war auf dem Bauernhof. Ja, genau. Und das war halt für die damalige Zeit, deswegen auch Props. Ich mag Marcel total gerne. Voll das Ding, das war ja so Hand of Bloodig, würde ich jetzt sagen, ohne immer dauerhaft diesen Vergleich da ziehen zu wollen bei den beiden. So mit, du bist ja ein Anruf von Hand of Blood oder irgendwie so ein Quatsch. Aber der hat halt schon in Gaming-Video Real-Life-Elemente eingebaut und sich einen Arsch abgerackert, um geiles Video zu machen. Und das ist vollkommen richtig. Aber trotzdem saß ich, und nicht ihm gegenüber, den Leuten da und hab das gesehen und saß da so und dachte mir... Naja, klar. Aber das brauchst du nicht erklären, das ist ja völliger Quatsch einfach. Ey, was für ein Bullshit labert ihr denn? Wer seid ihr, dass ihr irgendwie meint, alles, was ich gemacht habe, zu dem Zeitpunkt vier Jahren gegen ein einziges Video zu stellen und gegen ein Minecraft-Projekt? Weil da war ich halt auch so, Patrick weiß ich, Patrick, einer meiner besten Kollegen, mit dem ich super viel zu tun gehabt habe zu dem Zeitpunkt noch, wo ich täglich mit dem aufeinandergegangen bin. Ich weiß, wie der sich in den Arsch abbeite, bearbeitet. Ich weiß, was sich Marcel für den Arsch abgebissen hat für das Video. Aber ich muss sagen, das gegen alles zu stellen, was ich jemals gemacht habe, gegen Wochen, gegen Monate, wo ich teilweise noch studiert habe und irgendwie geguckt habe, dass täglich irgendwie irgendeine Unterhaltung kommt. Natürlich kann das dann nicht so wertig sein oder so krass wie bei den anderen. Aber das ist einfach der größte Bullshit, den ich jemals gesehen habe. So, und danach war das Thema auch für mich durch. Und es gab halt noch ein paar Sachen, aber das will ich jetzt nicht sagen, weil ich glaube, das kriege ich in die Fresse, die ich dann immer noch mitbekommen habe von Bergmann und Videopreis. Ich weiß nicht, ob Berg immer öffentlich darüber gesprochen hat, aber danach war das Thema komplett durch für mich, weil das war der größte Zeit. Aber geile Aftershow-Partys. War übrigens mal Leon Mascher da, der hatte ein komplett weißes Outfit an. Jetzt reicht's, okay, da müssen wir nicht drüber sprechen. Da gab's immer gute Pommes, sag ich, weiß ich noch. Ja. Das waren immer noch diese Partys, weil Videopreis waren immer die Partys, wo was passiert ist. Eine legendäre Geschichte, das erzähl ich jetzt trotzdem, das war sehr gut, das war das, wo der in Düsseldorf war. Darf man das erzählen? Ja, das ist eine Aftershow-Geschichte. Bist du bekannt schon? Ja, ich hab früher sehr krasses Fear of Missing Out gehabt, das heißt, ich musste alle Partys von Anfang bis Ende mitmachen, ich war immer der Erste, der da war und immer der Letzte, der gegangen ist. An dem Abend auch und ich wusste noch nicht ganz genau, wie ich aus Düsseldorf zurück nach Köln komme. Und dann war, auf einmal war 5.30 Uhr so und war hell und dann dachte ich mir so, oh Gott, wir sind jetzt so hier, so halb angesoffen. Waren wir da nicht? Nee, nee, du bist nicht mitgefahren. Sicher? Und dann bin ich, äh, dann bin ich zurück mit Bergmann und noch, noch zwei anderen, äh, bin ich, bin ich zurückgefahren. Fuck, wir waren noch dabei, Max war noch dabei und noch irgendjemand. Und, ähm, dann, und dann sind wir halt alle sturzbesoffen in, ähm, in so ein Taxi gestiegen um halb sechs und, äh, haben dann dem Taxifahrer gesagt, wir müssen jetzt nach Köln. Und der hatte sichtlich, muss man sagen, anscheinend irgendeine Behinderung und ist aber Taxifahrer gewesen, was auch vollkommen okay ist. Kadi hat ja einen legalen Führerschein gemacht oder so, aber er hat uns vehement nicht verstanden, alle von uns. Und wir waren jetzt nicht so breit, als hätten wir das nicht mehr sagen können. Und er hat dann irgendwie das nicht grallt, wo wir hinwollten und ist aber einfach gefahren. Und das hat uns halt alle in so eine riesige Unruhe versetzt, weil, weil das nicht, weil das nicht kommuniziert werden konnte, wo wir gerade hinwollen. Und dann haben wir halt immer probiert, während er schon irgendwo hingefahren ist. Mit ihm zu verhandeln, dass wir halt alle nur zusammen 100 Euro noch haben. So, mit fünf Leuten. Und mehr als 100 Euro soll das wirklich nicht werden bis nach Köln. So, und, weil wir wollten auch alle noch zu einem anderen Punkt nach Hause. Die hatten ein Hotel, ich hab da gewohnt, Bergi da gewohnt. Und, ähm, ja, das war mega lustig. Und dann, keine Ahnung, ich sag's, ist mir egal. So, und dann mittendrin, dann ist er nur über Landstraßen gefahren. Er hat's aber irgendwann, er hat's nicht gerafft. Ich glaub, Bergi hat ihm auf seinem Navi dann eingetippt, wo er hin musste immer. Und dann meinte er, ah, irgendwie. Keine Ahnung, total skurril. Und irgendwann auf der Landstraße, es war einfach sehr lustig, es war sehr lustig. Da war auf einmal, ähm, da ist ein Baum umgefallen oder so. Und dann standen zwei Polizeiautos und haben die Landstraße blockiert. Und das war dann kurz nach sechs, also ganz früh morgens, ne. Und dann abgeriegelt und, äh, dann ist der Taxifahrer angehalten und hat uns halt so angeguckt und war so, boah, was machen wir denn jetzt? Was ist denn, wie können wir hier nur weiterkommen, ne? Und dann hat, und dann hat, und dann hat, da muss ich nachvollziehen sagen, oh, mit, mit Tim die Abende, wirklich die besten Abende, die ich immer, die ich, die ich immer hatte. Das war so schön. Und dann ist Tim ausgestiegen, also Bergmann, und, äh, ist, äh, weil er so weit weggeparkt hat von den Polizeiautos und er wusste wirklich nicht mehr, was er machen sollte. Weil da waren so graben und er hat sich nicht getraut zu drehen und so, das war ganz scheiße. Und dann ist Tim ausgestiegen, ist zwei Schritte vor das Taxi gegangen, hat sich hingekniet und hat seine Hände hinter dem Kopf verstanden und hat gesagt, nehmen Sie mich fest! Nein, nein! Einfach nur, und wir haben uns halt, wir haben uns so, wir haben uns so bepisst, es war so lustig und danach meinte der Joke, aber was denn los, wann können wir hier wieder durchfahren? Und dann hat die halt gefragt und es war so lustig. Ich weiß es immer noch bis heute, wir haben, ey, wir haben Tränen gelacht bis nach Köln, weil diese Aktion einfach so, ich frag mal, also wie Tim halt dann ist, der hat einfach nur gesagt, ich frag mal jemanden, was da los ist. Steigt aus, geht vor das Taxi, kniet sich hin und sagt, okay, nehmen Sie mich fest! Und schreit diese Leute an. Und dann haben die gesagt, fahren Sie da hinten rechts und dann kommen Sie in der Umleitung. Aber es war so lustig. Das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben, dass so jemand was gemacht hat. Ich kann es nicht empfehlen, ich glaube, Leute würden euch heutzutage erschießen, wenn ihr das macht. Einfach erschießen? Ja, das ist einfach gut gewesen. Grüße gehen raus, viel Liebe an Bergmann, ich fand das einfach sehr gut. Wie bei Raids aus den Seen in Amerika. Ich vermisse das sehr, ich kann das nur sagen, ich vermisse das sehr. Ich vermisse es auch, weil ich es noch nie hatte. Ich muss heute die ganze Zeit geduckt sitzen bei der Kamera, weil die ein bisschen runtergefahren ist und wir haben vergessen, sie hochzustellen. Das ist normal. Ich hab's, aber es ist, ich würde gerne was dazu sagen, ich würde es aber auch einfach gerne so stehen lassen. Können wir auch machen, weil es wieder so lang ist, sagst du. Nein! Unsere Poddys sind ein bisschen länger geworden, seitdem wir voreinander sitzen. Finde ich aber ganz gut. Ja, ich finde es auch gut. Weil dieses ganze dumme Gelaber mit, weißt du noch, als wir diesen Call hatten, ich sag jetzt nicht mit wem, aber weißt du noch, als wir diesen Call hatten und diese sehr nette Dame uns gesagt hat, Stunde ist aber sehr lang. Ja! Stunde ist aber sehr lang. Das ist viel besser. Auch eine Stunde ist aber sehr lang. Das ist aber sehr lang wirklich. Ey, die Uhr geht jetzt länger als 90, ne? 99 macht die. Ach 99. 99 macht die. Ja, es waren tolle Zeiten. Den Vertrag haben wir übrigens nicht bekommen. Vielleicht auch, weil wir uns kontinuierlich über das lustig gemacht haben, wenn Leute dir sagen, wie du Sachen zu machen hast. Ja, ist einfach Quatsch. Ich habe ein Problem. Ja. Und zwar immer, wenn ich das Video schneide, hier steht ja 90 und im Video steht 1, eine Stunde. 30. Das ist blöd. Kann ich nicht ändern. Nein, es geht nicht. Nein, es geht nicht zu ändern. Nein, Tamai, es geht nicht zu ändern! Ich wollte es nur kurz einwerfen. Das ist ja völlig irrelevant und ich kann auch rechnen. Aber danke, dass du es sagst. Vielleicht kann ich es auch einfach ändern. Cool. Cool. Stellungswechsel! Letztens habe ich das auch schon mal gemacht. Da hast du gesagt, das geht doch nicht und so. Da habe ich gesagt, ich schneide es extra raus. Und dann habe ich lange überlegt, ob ich es jetzt rausschneiden soll oder ob ich es extra drin lassen soll, damit du dich ärgerst, wenn du es dann alles nochmal guckst. Gut, ich gucke die Folgen echt immer. Ich höre mir das auch immer nochmal an. Nicht so wie Tamai, der hört nicht mehr zu. Seitdem Tamai hier mitmacht, hat er aufgehört zuzuhören. Nervt total. Muss man ganz ehrlich sagen. Gut. Gut. Overall.